Hallo liebe Inflangranti TV Zuschauer, mein Name ist Paula Rowe und ich habe bei Inflangranti gedreht mit dem Fesh und das war sehr lustig. Inflangranti ist ein sehr junges Team und sind sehr dynamisch und haben super Essen, ganz toll freundlich, also ganz, ganz super. Als ob man sich schon Jahre kennt, das war mein erster Dreh und es war auch eine Latex-Szene und ich musste halt ein bisschen die Wut spielen, was mir eigentlich ein bisschen schwerfällt, weil ich sehr dominant bin, aber es hat echt viel Spaß gemacht. Ich war gut aufgehoben und ich würde das auf jeden Fall immer wieder tun und die Sachen waren einfach nur geil, also super, ehrlich. Ganz toll, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich einen tollen Dreh, zwar in Latex und auch ein bisschen härter, ich war auch in Handschellen, aber es war sehr, sehr geil, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Und wenn ihr die Szene sehen wollt, dann geht ihr einfach auf Inflangranti.tv. Viel Spaß, eure Paula. Ciao.